Wir haben jetzt hier die letzte Nacht im Adventures Resort Backpackers verbracht und es ist wirklich ein riesen Komplex. Es gibt sehr, sehr viele Zimmer und man kann Zimmer kriegen von 2-Personen-Zimmer bis zu 16-Personen-Zimmer. Es ist wirklich eine sehr riesige Anlage, riesengroße Küche, es gibt einen Aufenthaltsraum mit Fernseher und Spielautomaten und Billardtischen, also wirklich groß. Die haben einen großen Pool auf dem Dach, das ist wirklich sehr schön. Und man kann auch zum Stadtzentrum laufen hier in Townsville, nur 15-20 Minuten zu Fuß. Die Bucht, von der man eine Fähre mieten kann zur Magnetic Island, ist auch sehr nah dran. Hier auf der Straße befinden sich auch Bars und Clubs, also überhaupt kein Problem auch auszugehen. Also kommt doch einfach vorbei und genießt es.